Ah! Mmh! Gern! Gern! Elias! Bärchen! Kommst du? Du hast es so gut gemacht! Aber auch... Und ich... Was ist das? Hm? Ben! Meine Nerven! Gut gemacht! Ah! Ja, das... Das war ganz schön knapp! Kommst du wieder nach Hause? Ich will, dass du wieder nach Hause kommst! Ich weiß, ich weiß, du brauchst Abstand und Zeit und deine Freiräume. Das brauchen wir beide. Aber weißt du... Weißt du, was ich noch mehr brauche? Deine Nähe... Deine Wärme... Deine Wärme... Deine ganze... Art... Ich will, dass du... Das... Ich will abends mit dir auf dem Sofa sitzen und spüren, wie du mit deiner Hand über meinen Kopf streichst. Ich will nachts wieder neben dir einschlafen. Und morgens neben dir aufwachen. Ich will sehen, wie du mit Raya spielst. Ich will für dich da sein, wenn's dir schlecht geht. Und wenn alles beschissen läuft und es ist trotzdem schön, weil wir uns haben. Ich will einfach nie wieder ohne dich sein. Denn, Albeck, ich liebe dich. Willst du mich heiraten? Nur, wenn du mich heiratest. Ja. 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 Wie geht's meiner Physiotherapeutin? Niklas sagt ganz gut. Und sie sagt, du machst Fortschritte. Sie lügt. Wie geht's dir? Ja. Gut. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Noch dreimal rauf und runter, dann komm ich zu dir. Heißt es, ja? Du bist eine so intelligente Frau. Und manchmal so begriffstutzig. Ich bin gar nicht da. Ja? Ist okay. Okay. Sorry. Ich glaube, wir stören. Ja, wir sollten gehen. Such den Ort aus! Schreib deine Rede!